Hallo meine Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Bulletstorm Folk Depedition Versorgungskapsel nach Ah, da ist eine, okay Äh, ja gucken wir mal nach Skillshare-Datenbank haben wir was Neues Was haben wir denn erreicht? Da unten, tötet zwei oder mehr Gegner mit Patronen Ohne den Finger vom Abzug zu nehmen Das ist okay, cool Fördere einen Gegner in die Luft, töte einen anderen Und erledige dann den ersten Bevor er wieder landet Okay, also mit E in die Geg- Äh, hochschleudern, einen anderen killen und dann den ersten Okay Tötet den Piloten eines noch fliegenden Gyrokopters Ziehe einen Gegner mit der Peitsche Aus einem Gyrokopter und töte ihn, bevor er landet Zerstöre einen Gy- Gy-Gyrokopter Okay Wir haben recht viel hier, alles klar, okay Oh, wir haben aber noch Upgrades Ja, Ladung freigeschaltet Verschieß mit einem konzentrierten Feuerstoß Ein Spezialmagazin mit 100 Kugeln Löscht die meisten Gegner augenblicklich Haben wir leider noch nicht genug Punkte für Würde ich aber als nächstes ganz gerne holen, denke ich mal Der einzige Weg Alles klar Einfach 50 Mal so in die Luft getreten Alles klar Hier kommen noch gleich welche Okay, nein In die Luft treten Den töten Äh, sloll Wie kommt der denn her? Der ist tot, wie es aussieht Wie kommt der denn gerade her? Habe ich das jetzt Geschafft? Kurz mal nachgucken Nee Oh Mann Alter Heilige Scheiße Hier ist genug konfederierte Feuerkraft Um die Alien-Horden auf Warworld zum Glauben zu bekehren Zerstöre alles Lass diesen Wilden keine Möglichkeiten, uns zu verfolgen Ich mag, wie der neues Hirn tickt Die Einheimischen scheinen deinen Pfarrern nicht besonders zu mögen Töte sie alle Meine Zeit wird knapp Ich habe fast keine Energie mehr Da habe ich mich falsch zuerst geführt Guck mal Den mal kurz anschwächen Jetzt den ziehen Den killen Und jetzt den killen Habe ich das geschafft? Ich glaube nicht Schade Scheiße Warte, hier war noch? Nein, doch nicht Ein Terminal für Tiefkernbohrungen Das Ding verwendet Schwerkraftfusionskolben Da kannst du dich aufladen Ui So Jetzt können wir das Upgrade aber kaufen Ladungsupgrade Genau Das hat jetzt halt Kapazität Kapazität, soweit ich weiß Genau Upgrade der geladene Schusskapazität um 3 Aber ich glaube wir brauchen erstmal nochmal ein bisschen Money Und hier einmal die Money So, das reicht erstmal Und dann C Okay Linke Maustaste Ne C, dann linke Maustaste Okay Komm schon süßer Ich hab was für dich Du Gen-Müll-Baby Den kurz anschwächen Dann den ziehen Ach, scheiße Ach, der ist tot Scheiße Gibt's hier noch irgendwie einen? Ne, dich will ich noch nicht Ja, den In die Luft Den töten Und jetzt den Jetzt hab ich's doch geschafft, oder nicht? Der ist nicht tot Ach, wacht, komm Oh Mann, so krieg ich das doch nie hin Weitere Hubschraubermann flug Ich hab genau das richtige für ihn Ihr legt jede Menge Tod in der Luft Yeah Flugangst Schön Hat mir das gerade sehr viel Money gegeben? Das hat mir gerade richtig viel Money gegeben, glaube ich Schön Schön, 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 schön Noch mehr Fleisch zwischen uns und unserem Ziel Schön zu sehen, dass dein Humor langsam wieder zurückkommt Humor war nicht meine Absicht Du machst mich fertig Den kurz anschwächen Kurz in Deckung gehen Und den jetzt ziehen Ach komm Der ist angeschwächt Der Mann ist tot Ach komm Und du sagst Humor sei nicht deine Absicht Die Art wie du das gerade gesagt hast Verkomme die Ruhe, mein Freund Hey, warte mal Den in die Luft Den töten Jetzt den töten Ja Anfängerachievement Sollt eigentlich das treten wohl Äh, warte Damit wir einmal den Weg frei haben Scheiße Achievement Beziehungsweise Skillshot Oh Gar nicht so übel das alles Eine hübsche Aufwärmübung Für das, was ich mache Wenn ich diese Final Echo Schlampe In die Finger bekomme Final Echo ist nur der Ersatz für uns, Gray Noch kurz gucken, was hier hinten ist Nichts Alles klar Äh, Stift Oh So Kein Upgrade Ja, können wir uns hier nochmal Das Upgrade Das Upgrade Ein bisschen Money 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 Reicht Ja Sind wir gut dabei Ja, da lang Okay Da oben ist ein Geschützturm In Deckung Easy Tschüss Okay, der ist tot Noch einer Der ist auch down Okay, ich darf mich nicht überhitzen lassen Ich konnte mich bewegen Oh 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 Hast du Hätt sich grad ge- Was? Es geht mir Nicht gut, Gray Ich spüre, wie ich Langsamer werde Halt durch Und überlass die schwere Arbeit mir Bleib einfach in meiner Nähe Okay So Komm her So Nee, scheiße Ich dachte, das ist schon der Der Mann Wir machen auch kein Damage Ne Das Gefühl Scheiße Das war Ja Ja Was soll ich sagen Das war unser erster Tod Mann Mann, 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 Mann Das war's What? Ja, von hier? Einfach umtreten Es geht mir Nicht gut, Gray Ich spüre, wie ich Langsamer werde Halt durch Und überlass die schwere Arbeit mir Bleib einfach in meiner Nähe Wie? Okay Okay Schnell hier durch Obwohl doch Komm Uuuuh Die Fähigkeiten, das sind Echo Squads sind legendär Moni einsammeln Der hier drin ist auch schon Tod, äh, Tod diesmal Null Null Oh hey Null Das war knapp Ja Das war Ja Ha Okay Upgrades kaufen Okay Das Munitionskapazität Haben wir Maximum Gönnen wir uns das Und haben auch das Maximum An Kapazität Ähm Komm Ich gönne mir jetzt einfach mal Voll das Und, äh, die nochmal voll Dann sind wir Müssen wir da jetzt erstmal Nichts mehr kaufen, Leute Können wir uns auf die nächste Waffe vorbereiten Läu Ich erwarte, dass ich dich da Durchkicken kann Geil Sogar Moni bekommen grad Komm weg Komm her Alles klar Verdammt Mir fehlt ein Zugangsbord Gutes Abnehmen Alles klar Ich hab die Anlage überladen Ich prognostiziere In der Explosion Inhalt der Schwerkraft Kerngeneratoren Dann prognostiziere ich Ein bevorstehendes Lass uns von hier verschwenden Alles klar Äh, links Rechts Links Links Rechts Links Hintergang Hintergang Hahahaha Hintereingang Einfach weil ich ihn mit den Arsch geschossen hab Oh, wie cool ist das denn bitte Steht, das war eine Falte Können wir das eigentlich da hinkicken Und boom Und tschüss Moni oder so Ne Ja, würde ich sagen Können wir weiter Den hab ich gut weggebrutzelt So Ich bin der Meinung Hier kommt gleich irgendwie Sowas in der Art Bossfight Oder so Bin mir da aber nicht so sicher Ja Wo kommt denn der riesige Wichser jetzt her Er ist vollgepumpt und konfederierte Elite Waffentechnik Sieht her aus als er mit hunderten von Grillhähnchen vollgepumpt Ja Jetzt können wir nämlich Was? Oh Mann, nur doch nicht Dafür können wir jetzt diese fette Waffe dann nehmen Nein Oh, da ist eine Ja Du hast ja ganz schön Gewicht Achtung Motoren sind startklar, aber es wird eine Minute dauern Ich weiß, dass diese Waffen so lange warten werden Kriegen wir endlich diese Futter erfolgen Oh, runter Oh, das ist so ein schönes Gefühl Mit so einer Waffe rumzubellern Oh Komm, die Punkte Ja, die Punkte habe ich noch bekommen Glaube ich Oh, oh Alter Geht dieses Ding dir nicht schneller? Versuch du es doch Gut, sprich du doch mit dem Zug Ich wundere mich gerade über meine FPS In einer Cutscene Einfach mal chillige Roundabout 600 Alles klar Die Verabredung ist angekommen Bist du bereit für den Kampf? Ich werde sie alle töten Wir schaffen Pirell Schön, dass du wieder da bist, Ishi Kann ich eigentlich noch da vorne oder so? Muss ich noch da vorne? Weiß es nicht Das fette Rad Eins kommt von hinten Okay Und weiter von hinten Von der Seite Schön Ich habe da jetzt gerade Windpum vorne gesehen Ich weiß es nicht genau Dieses Rad da macht ein wenig Angst Zerstöre den Wagen DIN da? DIN da? DIN da? DIN Fahrzeug nähert sich Mach diese hässlichen Wichser platt Von vorne oder von... Oh, von da? Okay Komm schon Ich kann nicht in Deckung gehen Ich habe doch keine Deckung Ach, Mann Sorry, dass ich gerade momentan ein wenig ruhig bin Aber bei sowas konzentriere ich mich ein bisschen Aber soll ich denn da in Deckung gehen? Und ich konnte ihn da hinten ja auch eben gerade nicht treffen So, tut er und mehr Ja, dann triff doch mal Ach, das zählt erst später Alles klar Ah, das ist so ein Fetti Alles klar Ich treff doch Aber jetzt zählt es nicht als Hitz Was soll ich denn tun? Okay, Leute Das regt mich gerade ein wenig auf Denn, wie ihr eben auch schon gesehen habt Ich habe ja schon von Anfang an auf diese Fässer geschossen, ne? Aber diese Fässer Es hat nicht gezählt, auf diese Fässer zu schießen Das kam erst ganz spät, dass es aktiviert wurde Jo, ich kann auf die Fässer schießen So, weißt du? Immer noch nicht Jetzt Warte, ich treffe die ganze Zeit die Fässer Jetzt hat es getroffen So, da ist noch einer Den will ich jetzt erst umbesiegen So, jetzt kann ich den da Aber, okay Jetzt hat es geklappt Da ist noch einer Ich weiß nicht, ob ich ihn treffe Keine Ahnung Scheint aber nicht so Den habe ich Den habe ich Den habe ich auch Ist da vielleicht noch irgendwer? Ich weiß es nicht Okay, wir haben es Fast Manchmal brauchen die halt übel lange Um zu explodieren Obwohl halt Ich die ganze Treffe Das merkt mich an dem roten Fadenkreuz Sag ich es jetzt mal Dass ich treffe Ähm Aber manchmal Brauchen die auch Also manchmal Insel Manchmal ewig lange Könnte ich hier irgendwas anschießen Oder so? Bin dabei Bin an der Seite, oder? Ja, okay 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 Also kann ich den eigentlich Nicht zum explodieren bringen Hier kann ich Irgendwie Ich kann so Oh Tank, Tank, Tank Okay Ich stelle mich jetzt wieder in die Mitte Oh, die Zugstrecke geht auch ganz schön lange Oh, ne Oh, ne Shit Jetzt Deckung und jetzt wieder raufbülleren. Äh. Und jetzt? Ich kann den Bart banden, cool. Was sind wir denn? Ich bin im Leben. Ich wusste nicht, dass meine Arschbackenknochen haben die reichen können. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, wir banden hier erstmal den Bart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Zugfahrt, sag ich mal, war ein bisschen anstrengend gerade, aber egal. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein! ... ... ... ... ... ... ... ...